Ein Ford Ranger mit Tageszulassung steht hier zum Verkauf. Der orangefarbene Transporter ist viertürig, bietet Platz für 5 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter verfügt über ein luxuriöses Lederinterieur und zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, elektrische Sitze, ESP, Navigationssystem und vieles mehr. Das 6-Gang-Automatikgetrieben des Diesel überträgt eine beachtliche Leistung von 200 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 33.870 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Ködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester bis zur Verfügung. Bester bis zum nächsten Mal. Bester bis zum nächsten Mal. Bester bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.